Ich brauche die Datei noch heute Morgen. Melco ist eine gemeinnützige Organisation, die amerikanische Firmen in Südamerika unterstützt. An alle Angestellten schenken Sie mir bitte Ihre volle Aufmerksamkeit. Hey, das ist Jesus. Ihre Überlebenschancen sind höher, wenn Sie meinen Anweisungen in Folge lassen. Ihre Aufgabe ist einfach. Töten Sie drei Ihre Kollegen oder wir werden sechs von Ihnen töten. Alle Leitungen sind tot. Wir müssen das Gebäude evakuieren. Mike, die verarschen uns doch. Mal alle herhören, wer auch immer dahinter steckt. Erlaubt sich den Spaß auf unsere Kosten. Los, los, los! Los, los! Phase 1. Beginnen Sie. Sieht aus, als ob sein Kopf explodiert wäre. Was? Als wir hier angefangen haben, haben die uns irgendwas in den Kopf implantiert. Sie dürfen den Shit nicht aus Ihrem Körper entfernen. Oder wir werden den auf ihm platzierten Sprengstoff zünden. Beginnen Sie. Das schmilzt kein Stück. Weißt du, was das für ein Metall ist? Nein, hab keine Ahnung. Hey, warte, Jungen! Hey, bitte! Wir müssen überlegen, welche Möglichkeiten wir haben. Wir haben nicht das Recht, andere Menschen umzubringen. Was haben Sie vor? Meine Familie wacht mich. Phase 2. Beginnen Sie. Wir brauchen keine Waffe. Wir müssen zusammenarbeiten, um hier rauszukommen. In zwei Minuten müssen 30 von Ihnen tot sein. Wenn nicht 30 von Ihnen tot sind, werden wir 60 Ihrer Leben beenden. Am Ende kämpft jeder für sich selbst.